Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge RAVT. Wir sind 973 Meter von dem Ziel entfernt, aber irgendwie kommen wir nicht vorwärts. Ich habe den Motor von hier nach da versetzt, ich habe zu dem einen Segel noch zwei mehr dazu gepackt, aber irgendwie schaffen wir es nicht vorwärts zu kommen. Die Zahl wird immer mehr. Ich bin auch ein bisschen ratlos, deswegen kreuzen wir jetzt ein bisschen, um mehr oder weniger dran vorbeizufahren und dann von einem anderen Winkel hinten ranzukommen. So. Das ist die Insel, wo wir hinwollen und irgendwie haben wir nur Gegenwind. Also, pfuh, ich weiß nicht, was das soll. Wir haben schon den Motor, brauchen wir zwei, ich habe keine Ahnung. Ich habe noch einen zweiten, ne, Wasserkollektor da hier gemacht. Damit da die Probleme endlich aufhören. Gib mir das her. Ich verstehe nicht, wo hier das Problem gerade ist. Normalerweise einfach hinfahren, fertig ist der Lack. Nix ist. Gut, das haben wir, den haben wir, den Hering nehmen wir auch noch. Glas nehmen wir auch schon mal. Wir brauchen noch ein Kupferkram. Fünf Glas. Unfassbar, wir kommen einfach nicht ran. Ich verstehe das Problem nicht. Also. Rotate. Oh. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Yay. Badestellen. Dass mich das Ding hier ständig immer umdreht, ist nervig. 10, 22, 21. 22. Yay. 21, 22. Ey, das ist doch, das ist ein Kampf gegen Windmühlen. Kreuzen wir mal andersrum. Was soll das? So, was sagt er jetzt? 15, 14, ja, scheinbar bringt das was. Da vorne ist die Insel, ich kann sie sehen, aber wir kommen einfach nicht ran. Das ist, hmm. Das bringt mich echt um den Verstand. Was hilft dagegen besser als einfach mal ein bisschen Angeln. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Metall, wir sind ja nur noch das Stück da hinten. Dann sollte uns der Hai eigentlich nicht mehr stören, außer wir springen ins Wasser und wollen was. Was war das denn jetzt für ein Quatsch? Ja, ich fütter gleich die Quäische. Okay. Nicht über nachdenken. Was soll denn das? Haben wir gerade erst die Leine ausgeworfen? Mein Gott, das ist so glitschig. Also Unwetter ist echt nicht schön. Komm schon. Okay, ja, beruhigt sich. Catfish. Shark. Wo kommt der Wind jetzt? Immer noch von vorne. Produziert die olle Insel ihren eigenen Wind oder was? Verstehe ich nicht. Okay. Okay, ein Fisch fangen wir noch und dann werden wir das Problem hier mal irgendwie angehen. Kann ja aber nicht wahr sein. Okay. 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 Gut. Gut. Haben wir das auch zerstört? Gut. Okay. Gut. Gut. Der Wind kommt genau aus der Richtung wo wir hin müssen. Rotate. Easy does it. Schauen wir schon noch einen zweiten Motor. Unser Kahn ist einfach zu fett. Das ist nicht klar. Gut, also. So, engine, one circuit board, kriegen wir hin. Ich glaube das ist ein circuit board denn. Copy. Oops. One, two, left, sail, two ropes, five ropes, okay, five metal ingots, und hier hab ich mal wieder. Okay, machen wir das ganze auf die Hardcore-Version. Okay. Haben wir. Perfekt. Den hier rüber. Okay. Ups. Den da rüber. Den auch hier rüber. Oh Gott des Willen. Kann das denn die Möglichkeit sein? Wir kommen einfach nicht an dieses olle Kaff ran. Oh, wie machen wir das? 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 Ganz neuer Plan. Alles aus. Wie machen wir das Ding hier zu? Off. Wir lassen uns treiben. Suchen eine Insel. Brauchen mehr Metall. Wir machen noch einen Motor mehr. Hoffentlich bringt das dann den gewünschten Erfolg, weil das ist ja mal überhaupt nichts gewesen hier. Mehr Power. Und nicht fertig? Okay. Okay. Auch mal. Mehr Inventar Space. Inventory. Okay. Fisch. 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 Okay. Den kommen auch. Dann nehmen wir das mal hier mit rein. Let's go. Nice. Ein paar Samen. Aber noch zwei mehr. Ohne Probleme. Wir schaffen das. Needs fresh water. Open. So. Good. Nice planks. Nice. Nice planks. Nice. Takes ingot. Winky planks. Winky. 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 Schießen wir mal ein bisschen auf den Hai. Hier haben wir was zu tun. Den packen wir hier hin. Den. Da. Und da. Und da. Gut. Boasel. Fangen wir genau in die Richtung. Insel. Heel. Dieser dämliche Hai. Komm her he. Machest hier Fischfutter. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Meine Insel zu sehen. Was ist der? Komm schon her, Shark. Verlockt. Hm. Unglaublich. Sonst ist er immer da. Yeah. Okay. Dafür macht sich das glaube ich da gar nicht schlecht. Drumsticks. Okay dann. Nicht übel. Das ist doch mal schlecht. Ja ja. Ja ja. Auch erledigt. Alles geschmolzen. 40. Hier vorn. Den kommt da. Den kann man. Den kann man. Gut gebrauchen. So. Komm schon her, du dämliches Vieh. Oh Fishing time. Was ist denn jetzt eine shitty Insel hier? Wir fahren hier über das Meer. Musik trödelt hier über die Zähne. Musik trödelt hier über die Zähne. Ja ja. Ja ja. Taloppia. So. Rotate. Hallo? Rotate. Okay. Welche Richtung fahren wir hier? Diese Richtung. nicht zu sehen das ist absolut nicht zu sehen. Sorry Leute, aber dagegen kann ich leider jetzt gerade nichts machen. Bauen wir noch ein paar Laternen, ein bisschen Scrap, machen wir es ein bisschen heimisch hier. Mach dich fertig. Hier ist nichts, hier ist nichts. Oh, nice. Cool, gefällt mir. Das ist doch, das sieht auch ein bisschen angenehmer aus. Volle Kanne in die falsche Richtung. Egal. Wir brauchen mehr Metall. Jep. Headshot. Kann ich den Arrow wieder kriegen? Arrow time in the city. Rumstick. Oh. Das wird nicht passen. Dämliches Vieh. Trick dich. Das ist ja hier. Über Moby Dick. Jawoll. Drei große Fischis. Mein Magen ist immer noch nicht voll. Ich muss ja wirklich vermehrt sein. Bisschen Obst vielleicht noch hinterher. Sonst gibt es noch Scorboot. Scorboot. So. Also. Engine, Engine, number nine. So sieht das also aus. Immer noch keine Insel in Sicht. Könnten eigentlich. Ja, unser. Was. Von Noculus. Rope. 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 Die Dope. So. Dann brauchen wir noch zwei Empty Bottles. Und davon. Wo ist die andere? Hier. Neun. What? Are you kidding me? Das ist alles? Das ist absolut lächerlich. Das Ding ist sowas von lächerlich. Ja, okay. Wir haben es gebaut. Wir haben es gesehen. Wir haben festgestellt, das ist ein Müll. Äh. Was ist das? Schöne. So. So. Nice. Was ist das? Davon. Hier. Was ist jetzt hier? Ich benötige eine Insel. Was denn? Oh. Was denn? Nice one. Rotate this way. Wie sieht denn die Insel mit dem Fernglas aus? Sieht gar nicht aus. Hey, ich kann mich seitwärts drehen und sehe die Insel. Da ist sie. Es ist ja... Sie ist voll für eine Eime. Was ist das? Zweifache Vergrößerung? Oder was? Das gibt's doch gar nicht. Das ist sowas von finden. Ich bin Klopps, ey. Das macht mich echt schon wieder sauer. Haufen Ressourcen reingeprügelt und dann ist das Ding so viel wert wie gar nichts. It's so catching bugs. CphCp boxes... Okay. Bugs... Nice. Okay. Wir haben endlich eine Insel gefunden. Und in der nächsten Folge werden wir sehen, ob wir genügend Metall zusammen bekommen, um uns einen neuen Motor zu machen und den Rest von unserem kleinen Bötchen gegen den Halt zu sichern. Schaltet wieder ein in der nächsten Folge, nicht Like-Button vergessen, Abonnieren und Kommentar hinterlassen, also wir sehen uns morgen wieder, bis dann.